Moin Moin und willkommen zu einer neuen Session Zap Nautica! In der letzten Ausgabe sind wir nach langer Irrfahrt aufregend durch die Tiefsee wieder an unserer zweiten Basis in dieser finsteren Monsterhöhle angekommen und genau an der Stelle wollen wir jetzt auch wieder weitermachen. Wir haben eine Menge gelootet, wir sind zwischendurch zurückgekehrt zu unserer alten Basis. Es ging auch darum, dass wir unsere Batterien dort aufladen können, dass wir ein paar Rohstoffe sammeln. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen Titan suchen und das machen wir jetzt. Ein bisschen Titan. Können wir noch ein bisschen bauen. Oh ja, wir haben unser Zyklop und unseren Uwe Seeler, also unser Exoskelett hier, unseren Mac. Den haben wir abgegradet. Vielleicht mal ein bisschen lauter machen für euch noch. Oh, okay. So. Ja, das sieht gut aus. Welcome aboard. So, ich glaube, das hatten wir alles voll. Das ist sehr, 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 sehr gut. Jetzt wollen wir mal in den Scannerraum kommen. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen Titan an. Wir suchen mal nach Titan. Ach, Magnetit. Ja, Magnetit ist hier nicht so reichhaltig vorhanden, glaube ich. Oh, Lord Stromberg, herzlichen Dank für deine fünf Abos. Die gehen an Kaishi, Seven Tsukasa, Ibra, Trulla und Monra. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt ein Abo von Lord Stromberg bekommen. Herzlichen Dank. Ich wollte mal, was wollte ich jetzt mal? Ein bisschen Titan nochmal eben gucken, ob wir da was finden. Da gibt es, glaube ich, eine Menge. Wie sieht unser Inventory aus? Sieht gut aus. Hier ist eigentlich alles in Ordnung. Was hatte ich hier noch so reingeschmissen? Nix. Nö. Aber wieso kriege ich jetzt hier keinen... Ist der Scanner so langsam oder läuft der nicht? Wieso kriege ich nichts angezeigt? Da, da ist Titan. Ah ja, da unten. Okay. Oh, und ich wollte ja einen zweiten... Ähm... Dings bauen. Einen zweiten Bohrarm. Captain. Das können wir mal machen. Zweiten Bohrarm bauen. Weiß nicht, ob wir da... Titan verbrauchen. Guck dir das mal an. Hallo? Ah, jetzt geht's. Denn ich kann ja zwei ausrüsten. Warte mal. Könnte ich hier noch irgendwas Neues machen. Äh, genau. Ich kenne jetzt ja Polyanilin, aber das haben wir auch schon. Äh, das haben wir auch schon. Das Sonar haben wir auch schon. Hier haben wir eigentlich alles. Ist hier noch irgendwas in den Ladeklappen drin? Oh ja. Lithium und Rubine. Komm, wir gehen jetzt einfach mal ohne langes Aufheben. Einmal runter. Und sammeln mal ein bisschen Titan ein. Hier, da können wir richtig geil rumbohren. Guckt euch das an. Yes. Also Rohstoffe sind hier ja wirklich reichhaltig vorhanden. Das ist schon ganz geil. Ich baue mir gleich noch so eine Station, wo ich Modifikationen bauen kann. Muss ich dann eigentlich ein Trockendock dafür bauen? Ich habe das Gefühl, manchmal stelle ich die gleichen Fragen. Muss ich ein Trockendock bauen, um einen zweiten Bohrahren bauen zu können? Oder kann ich den auch in dieser kleinen Konstruktion da bauen? Was ist das da für ein Fleck? So, hier ist auch noch einer. Guck mal hier. Oh yeah, baby. Sehr gut. Titan ist wichtig. Das Trockendock brauche ich für den Bohrahren. Wieso habe ich mir denn nicht in meiner alten Base sowas Schönes gebaut? Ah ja. Mir macht das übrigens auch Bock zu bauen. Ich habe also ein bisschen YouTube-Comments gelesen. Da hat sich jemand beschwert, dass ich zu viel Zeit damit verbringen würde, Bases zu bauen, die eigentlich gar nicht notwendig sind. Und da muss ich mal zu sagen, keine Ahnung, ob das mehrere Leute gibt, die das so fühlen. Ey, ich spiele das so, wie ich Bock habe. Und für mich ist so dieses einfach in der Welt leben und eine Basis zu bauen und das einfach schön zu machen und das nicht alles super effizient zu machen, sondern auch das Spiel vielleicht auch ein bisschen in die Länge zu ziehen, nicht immer straight den Quest-Zielen hinterherjagen. Klar, ich könnte wahrscheinlich das Spiel schon vor 20 Stunden beendet haben oder so, aber so ist es, so spiele ich solche Spiele nicht. Ich bin ein, was das ergibt, auch so ein bisschen Genussverzögerer und baue vielleicht auch Bases größer, als sie müssten. Einfach, weil mir das Spaß macht. Ich mag halt die Welt sehr gerne. Und es hier einfach schön zu machen, sich heimelig einzurichten. Das habe ich bei Fallout 4 auch schon gemacht. Ich habe so viele Stunden einfach in Fallout im Basebau verbracht und dort die ganzen Settlements ausgebaut. Das kann ich eigentlich keinem erklären. Aber das hat so was Meditatives irgendwie, so was. Ja, andere Leute spielen 20.000 Stunden solitär oder so. Jeder hat so sein Ding irgendwie. Und ich bin einfach gerne und verbringe hier gerne Zeit. Na, baut er noch ab hier, komm. Okay. Ja, da haben wir doch jetzt, glaube ich, einiges an Titanen geholt. Guck mal, da ist es. Ne, da waren wir schon gerade, ne? Warte, die drei haben wir, oder? Den ja, genau. Den haben wir, den haben wir, den haben wir, die drei haben wir. Dann ist da oben noch. Haben wir überhaupt noch Platz? Auch der neue Antrieb hier, den ich gebaut habe, ist ja einfach herrlich. Ich glaube, ich schätze, ich schätze mal, ich gehe mal einmal einen nach oben, wo es nicht giftig ist. Ich müsste vermutlich jetzt einmal auspacken hier. Ich glaube, der Laderaum ist bald voll. Ja. So. Mal kurz speichern. Komm, dann nehmen wir das auch noch mit. Das ist hier unser Titanen Run. Ja, dann bauen wir vielleicht uns einen Trockendock, oder? Können wir auch machen. Wobei ich natürlich hier jetzt, obwohl da doch, ich könnte auch theoretisch, ja, mit einer Motte hier sogar, mit einer Motte, die dementsprechend Tiefenmodulart, könnte ich sogar auch hier reinfahren. Aber ich will den zweiten Bohrarm. Wenn das wirklich dann doppelt so schnell geht, das macht schon eine Menge aus. Ja. Sehr schön, das hat sich gelohnt. Oh, da oben ist auch noch was, aber das sind nur einzelne Sachen, glaube ich. Oh, und hier, der ist ja perfekt geparkt. Hallo? So. Gut, dann müssen wir mal schnell, beziehungsweise, nee, ich kann das auch mitnehmen, das Titan. und was baue ich denn jetzt? Warte mal, was baue ich denn jetzt Feines? Ich könnte, ein Trockendock kostet mich, uh, zwei Barren. Das kann man ja aber auch jederzeit wieder abbauen, ne? Von daher ist es gar nicht so wild. Kostet mich zwei Barren. Habe ich meine Sachen schon eingepflanzt? Nee, ne? Ich müsste, das wollte ich noch bauen. Genau, ich überlege, ob ich den Trockendock baue noch mit einer Erweiterungskonsole. Also, so einen Reaktor hier im Schiff kann ich leider nicht bauen, oder? Das wäre halt einfach Oberhammer, wenn ich hier so einen Reaktor noch irgendwie einsetzen könnte. Geht ja leider nicht. Irgendeine andere Form von Kraftwerk, das wäre schon Knorke. Genau, muss ich das noch bauen? Das ist die Frage. Brauche ich das irgendwo, das Ding? Kann ich theoretisch sogar hier auch bauen, irgendwo. Aber oben. Brauche ich das? Will ich das? Schnappt mir das hier Energie weg? Wenn ich hier sowas baue, kostet mich das Energie? Wenn ich das hier so hinstelle, frisst das Energie? Ja? Nur bauen? Nein? Nee, aber also, nur wenn du es nutzt, frisst das Energie. Ah, okay. Ja, gut. Craften kostet Energie. Ja, da kann ich das ja auch in der Hauptbase bauen. Dann übrigens hier, ein bisschen schön gemacht hier, oder? Ein Bettchen. Hier kann ich eigentlich auch noch alles voll ballern, wenn ich will. Hier könnte ich auch noch Schränke setzen. Man macht sich das hier richtig schön, dieses Boot. So, was wollte ich? Ah ja, genau, pass auf. Ich wollte, glaube ich, mal so einen Trockendock bauen. Dafür brauche ich auf jeden Fall diese Titanenrollen. Wir tauschen das mal aus. Und dann brauchte ich dieses Schmierzeug. Ähm, die Schmiere mache ich, glaube ich, mit zwei, kann das sein? Zwei davon, da habe ich gar nicht mehr so viele von. Wie mache ich die Schmiere? Wie geht denn nochmal die Schmiere? Da. Ah, nee, die, die Schlingpflanzen. Ah, okay. Nee, 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 vergiss es. Dann lass uns mal jetzt eins nach dem anderen machen, sonst vergesse ich, was ich eigentlich vorhatte. Wir wollen gleich erst mal die Beete pflanzen, ne? Dann bauen wir als allererstes mal ein zweites Beet. Wo bist du? Da aus dem Beetkasten. Da kommen gleich die Pflanzen rein, die ich geholt habe. Ah, wie viele Slots habe ich? Zwei von, so. Okay. Da ist. Ja, welcome aboard. Pauen wir nochmal eben hier rein. Dann holen wir uns mal die Pflanzen, Teile, wo ist vorne? Hier ist vorne. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard. Hier Pflanzen, welche hier, die wollte ich alle, alle reinpacken. Was haben wir hier noch? Oh, ach, die Knollendinger. Ja, die wollte ich innen machen. Das ist der Haken, den brauchen wir jetzt erst mal nicht. Okay, dann erst mal die. Hatte ich nicht denn hier auch noch irgendwie Sachen oder? Hallo? Ja, stimmt, die hatte ich hier noch. Ne, pass auf, wir machen das, dann tausche ich die erst mal aus. Dann mache ich erst mal die außen. Hier lassen wir mal die. Das muss ja auch irgendwie alles unter den Fuß haben. Hier kommen die Gelbis rein. Und hier kommen die Grünis rein. Oh, hier ist ja schon was. Ne, warte, falscher Kasten. Ja, da. Die können dann ja wachsen, dann kann ich ja hier auch. Eigentlich, wenn ich hier so ein, kann ich die hier einpflanzen oder muss ich darauf rumhacken? Ne, ah, warte. Ist das das gleiche? Kann ich das einfach so einpflanzen oder muss ich da mit dem Messer ran? Müsste so gehen, oder? So. So. Dann holen wir die anderen Pflanzen. Die sind nämlich für drinnen, weil ich glaube, dass die eine bessere, vielleicht bilde ich mir das auch einfach nur ein, aber mein Gefühl war, die geben vielleicht ein bisschen mehr Energie. Die wirken, da habe ich dich reingepackt, da. So, die machen wir drinnen und hier haben wir Pilze könnten wir auch züchten. Die müsste ich dann, ja, die züchten wir jetzt auch, komm. Diese packen wir da jetzt auch rein. Wie viele Slots sind das? Ganz schön viele wahrscheinlich, ne? Komm, wir nehmen mal. Ich weiß gar nicht, ob es die hier gibt. Wir pflanzen erstmal noch ein paar ein. Dann wollen wir mal wieder ein bisschen davon. Dann wollen wir hier, pass auf, hier pflanzen wir jetzt diese anderen Knupsis ein. Ja. So, okay. Äh, zack. Und da an der anderen Stelle auch noch ein. So. Komm her. Ja, was fehlt mir? Hallo? Sehr schön. So, da kommt der, ach ja, und diese Dinge habe ich auch noch, die Laternenfrucht. Ja, komm, bauen wir noch eine Laternenfrucht. Was wir haben, haben wir. Wer weiß, vielleicht freuen wir uns irgendwann, dass wir Laternenfrüchte haben. auch wenn ich die vielleicht nie anrühren werde, aber dann sehen sie zumindest gut aus. Zack, und Laternenfrucht rein. Yo, 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 das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Energie haben wir hier auch. dann hatte ich jetzt ja eigentlich überlegt, noch einen Trockendock zu bauen. Frisst natürlich alles Energie und Integrität und so, na, schon klar. Oh, die Pilze wollte ich noch schnell bauen, genau. Dann brauche ich noch einen, so einen Pflanzenkübel. Kriege ich den hier? Noch mal drauf, oder ist das? Ah ja, kriege ich noch mal drauf, guck. Ah, das ist, äh, Alter, das ist einfach nicht gerade. Das macht mich wahnsinnig. Das geht nicht gerade. Das geht einfach nicht. Entweder ist es, seht ihr das? Das ist einfach mega strange. Das geht nicht gerade, das ist komisch. Ich kann nicht justieren, so dass ich das, guck mal, jetzt ist es zu weit da. Jetzt ist es zu weit da. Das ist, es ist eine Kleinigkeit, die eigentlich vielleicht auch lächerlich ist. Aber, so, na, machen wir so, egal. Okay, was fehlt? Nix. So, dann kommen hier ein paar Pilzis rein. Ähm, und tiefen Pilzis. So. Die können da wachsen und gedeihen. Ähm, was passiert denn, wenn ich jetzt mit dem Messer jetzt hier eins kaputt kloppe? Genau, dann habe ich vier weitere. Herrlich. Weil die Höhlendinger wachsen ja, die tiefen Pilze wachsen hier ja sicherlich auch irgendwie. Die darf ich nicht kaputt kloppen, dann kriege ich Säureschock. Mach ich trotzdem. Kann man die noch umtopfen? Nee. Jetzt ist das so gemischt. Sieht überhaupt nicht schön aus. Das ist halt jetzt ein bisschen bunt. Egal. So. Jetzt ist es bunt gemischt. Glaube ich. Also nicht. So. Gelsack. Gibt super Energie für den Reaktor. Echt? Gelsack? Das ist doch gut. Die wachsen ja hier. Die Gelsäcke. Sind das die gelben? Die Gelsäcke? I don't know. Die brauche ich jetzt ja für den fürs Trockendock. Und die habe ich jetzt ja noch nicht. Ich meine, ich habe die alle eingepflanzt. Was ja auch okay ist. Deswegen habe ich keinen Schmierstoff parat. Fällt mir gerade ein. also das dauert noch einen kleinen Moment, bis ich das machen kann. Sind die schon wieder respawnt, diese Titanfelder? Keine Ahnung. Achso, die habe ich noch im U-Boot. Ah, okay. Kann man die denn auch anpflanzen, die Gelsäcke? Weil sonst die brauche ich ja auch zum Bauen. Kann man Gelsäcke einpflanzen? Nee, oder? Echt? Man kann, echt? Die kann man anpflanzen, die Gelsäcke? Sehr geil. Die Dinger hier, die kann man einpflanzen? Okay, das hätte ich nicht gedacht. Ja, das war hervorragend. SeaQuest, die Serie SeaQuest, die kenne ich noch, ja. Schade, dass sie nie ein Sequel bekommen hat. Keine Gag am Rande. Wo bist du grün? Mal schauen. Okay. Wenn ich jetzt da rumhacke, was passiert dann? Kriege ich dann auch was? Ah. Was? So wenig? Das ist ja eine seltsame Bilanz. Na, okay. Jetzt haben wir noch drei, drei, müssen wir hier alle kaputt kloppen. Ja. Das ist gut. Pflanzen wir alle ein. Und ich auch. Der letzte auch. Und dann passt das perfekt. So, okay. Auch noch ein Gelsackbeet. Guck mal, so langsam wird es doch. Da haben wir die verschiedenste. Guck mal, das ist sehr bunt. Ist ja auch ganz süß. Die müssen jetzt hier natürlich noch mal ihre Früchte tragen demnächst. Was ist hier los? Achso, da muss ich noch, habe ich Platz gelassen? Das ist schön. Da wollte ich nämlich, eigentlich wollte ich hier noch ein bisschen Glas machen. Damit man da rausgucken kann. Wozu habe ich so viel Quarz? Komm, wir machen uns das schön. Quarzi, mir Quarzenstein. So, ein bisschen Glas. Reicht das schon? Fenster, ja, reicht eigentlich. Mal gucken, ob das jetzt geht. Oder? Schönheit ist wichtig. Kann ich das hier so rein? Oh ja, guck mal, da kann ich ein Fenster ran baddern. Ich hätte natürlich auch direkt einen kompletten Glaskasten hier nehmen können. Guck mal, ein ganzes Segment kostet, aber hat eine schlechtere strukturelle Integrität. Deswegen machen wir mal nur ein Fenster. So ist er auch schön. Können wir direkt aufs Beet gucken, finde ich auch gut. Ist auch irgendwie wichtig, ne? die Ästhetik. Man will ja auch mal rausgucken. Aber hier darf ich nicht. Hier dürfte ich. So. So ein Edelstein. Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall warten. dass diese Dinger hier pflanzen. Vorher kann ich kein Trockendock bauen. Dann kann ich meinen Uwe Seeler nicht upgraden. Was wollten wir noch? Das ist doch schon mal ganz schön. Wir könnten natürlich auch nochmal einfach jetzt in unser U-Boot und was Neues erkunden. Wir haben jetzt ja irgendwie hier dann auch relativ viele Möglichkeiten. Sehr viel mit an Bord genommen. Wir können ja noch einen kleinen Loot Run machen. In der Zeit, wo das wächst. Vielleicht auch wieder ein bisschen Titan sammeln oder so. Wir haben jetzt auch eine Menge. Komm, wir haben ja eine Menge schon wieder verbraucht. Quarz. Und dann können wir heute auf jeden Fall nochmal so einen kleinen Ausflug machen. Schauen, was wir noch finden. So irgendwelche Alien-Basen oder was es so gibt. Ah, wir haben schon relativ viel Titan noch. Das war ein ergiebiger Run. So. Okay, cool. Habe ich noch irgendwas, was ich einpflanzen wollte? Die habe ich hier alle leer gemacht. Wie sieht das hier aus? Die sind alle ja. Da habe ich, glaube ich, alles genau. Hier haben ein paar Pilze noch. Ja, ist doch okay. Was ist genau hier eigentlich? Ist hier eigentlich irgendwas? Nur von unten kann man okay. Da geht es dann hoch. Schließen wir. Stimmt, ähm, die Wasserentsalzungsmaschine könnte man noch gut machen. Ja, stimmt. Jetzt kostet der Spaß nochmal. Die Reichweite einer Energiequelle. Aha. Wärmekraftwerk. Wandelt Hitze bei mittlerer Effizienz in Energie um. Brauchen wir sowas? Kann man leider nicht auf dem Schiff bauen, ne? Sowas würde ich auf dem Schiff bauen. Warum geht sowas nicht auf dem Schiff? Kann man ein Solarmodul Ey, kann man ein Solarmodul oben auf das Schiff setzen? Ich meine, das wäre dann natürlich ein bisschen höher und man würde übergegenknallen. Geht nicht? Ah, schade. Ah, schade, schade, schade. Ja, das wäre natürlich der absolute Oberhammer gewesen. So, diese Wasserfiltermaschine, genau, die könnten wir bauen. Könnten wir da noch mit reinsetzen. Ansonsten, genau, das wollte ich bauen, die Modifizierungsstation. Die bauen wir einfach mal jetzt hier mit rein. Diamant. Dann brauchen wir Titan und den Chip und Blei. Hallo? So, dann brauchen wir ein bisschen Kupfer. Oh, Kupfer ist auch schon. Ui, guck mal, von wegen. Da ist leider gar nicht mehr so viel Kupfer vorhanden. Das ist natürlich ärgerlich. So. den Computerchip wollte ich haben, genau. Oh. Die Korallen sind ja hier. Da. Ähm. Die konnte man ja nicht einpflanzen, ne? Aber die wohnen ja auch hier unten, zum Glück. Ah ja, und Gold. Stimmt. So. Der Chip. So. Das brauchten wir dann gar nicht. Das war eine Fehlidee. Jetzt können wir das Ding bauen. Oh. Ach, Titan. Und zwar bauen wir das hier in die Ecke. Das passt doch hier ganz gut rein. Auf Beziehungsstation. Dann haben wir alles an Bord hier. Jo. Braucht man ja irgendwann sicherlich auch. Noch kann ich da nichts großartig Neues machen. Das hier könnte ich bauen. Ne, äh, nicht die, die haben wir schon gemacht. diese hier mit Ladefunktion. Die könnten wir mittlerweile auch bauen. Was eigentlich auch ganz geil ist. Was wir haben, haben wir. Jetzt sind mittlerweile vielleicht die Pflanzen auch fertig. Dann sieht man von hier leider nicht. Aber vielleicht können wir jetzt schon das Trocken-Dock bauen. Mal schauen. Ne, immer noch nicht. Tragen noch keine Früchte. Aber sieht schon schön aus. Oder? Ist doch super süß. Dann machen wir noch einen kleinen Run. wo bist du? Ich glaube, du warst komplett leer, ne? So sieht das aus. Mal schauen. Was ist hier? Sind die jetzt immer noch leer? Die werden zwar noch angezeigt, unglücklicherweise, aber sind eigentlich komplett leer. Da oben werden nur irgendwelche Sachen an der Oder? Warte mal. War ich hier oder in der anderen Richtung? Ja, da habe ich auch leer geräumt. Ich habe hier meine Rubin. Hier ist leer. Okay. Wir machen noch so einen kleinen. Oh, es ist so viel geiler mit diesem neuen Sprungmodul. Sind das die Tischkorallen? Guck mal hier. Da liegt einfach so ein Lithium rum. So, hier unten ist aber sicherlich irgendwas anderes geiles zum Looten. Wollen wir die Zeit auch sinnvoll nutzen? Guck mal, da ist irgendwas. Ist das sogar Titan? Ne, das würde er mir anzeigen. Doch, das ist Titan. Wieso hat er mir das nicht angezeigt? Was? Das könnte nicht sein, dass die Reichweite so lächerlich gering ist. Das wundert mich jetzt aber. Ah, jetzt zeigt das auch an. Was war das denn? Das hat er doch gerade nicht angezeigt. Komisch. Ja, leckeres Titan. Überleg gerade, wo wir noch hinfahren könnten heute mit dem U-Boot. Irgendwo können wir auch noch hinfahren. Oh, hier ist auch noch was leckeres. das ist Lithium. Hier wird schon herumgebrüllt. Nach England fahren. Ah, ich weiß nicht, ob ich Bock auf England. Irgendwie jetzt. Sora Lion, Olive Jörnson und Alec Tonya. Herzlichen Dank. Oh, wow. Das war das, der Typ, von dem ich gedacht habe, dass sie das war? Herzlichen Dank für eure Primes wollte ich sagen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht genau, wo es jetzt überhaupt storytechnisch weitergeht. da müsste ich mich mal mit auseinandersetzen. Oh, hier sind die Lithiumhöhlen. Ja, hier sind die Lithiumhöhlen und hier ist auch ein bisschen Gold. Das nehmen wir mal mit. Da haben wir gar nicht mehr so viel von. Gold, 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 Gold. Ich könnte tatsächlich ja auch mal scannen. Kann ich nicht auch nach Alien-Sachen scannen eigentlich? Könnte ich gleich mal schauen. eine Basis haben wir hier auch in dieser Höhle gefunden. Nicht voll. Oh. Hier werde ich aber sterben. Schade, jetzt kann ich das Gold hier gar nicht mitnehmen. Lass ich mal aus der Suppe raus. gleich mal speichern. Oh, da ist er. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Können wir uns darauf einigen, dass du mich nicht angreifst? Nö, können wir nicht offensichtlich. Ist ja einfach ein Arschloch. Was ein unhöflicher Fisch. Vielleicht will der auch einfach mit mir spielen. Vielleicht ist das für den auch echt spielerisch gemeint. Oh, snackt ihr das mal? Snack. Ich muss während ich abbauen. Einmal ganz kurz hier was gucken. So, ist das weg? Ja, nee, das ist nicht weg. Gold, 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 gold. Und den snack hier nehmen wir auch noch mit. Hat er ihn? Nee. die höhle merken wir uns die lithium höhle müssen wir gleich einmal wieder unser auto hier reparieren ich merke schon danach der so gerne vielleicht ist es auch für den irgendwie vielleicht schmeckt dem das auch einfach gut das ist für den so eine art süßigkeit der leckt einfach unglaublich gerne daran all systems online wir wollen wie voll bin ich kann ich noch was tragen ja ich kann noch ein bisschen was mitnehmen ich glaube so langsam können wir auch bauen glaube die pflanzen müssen so langsam fertig sein lithium voll lithium voll wer hätte das gedacht dass unser lithium so schnell voll ist wir noch mal so ein ersatz lithium lager machen oder auch die tarn der kommunal lithium rein das ist ersatz lager gold mehr doch wir haben doch mehr gold als ich dachte wir haben weniger silber als ich dachte naja besser zu viel von allem als zu wenig so dann schauen wir mal ob wir jetzt unser öl hier kriegen können ich muss erst mal hier auch was essen ohja da sind schon reife früchtchen erstmal muss ich was leckeres essen oh der baum hier da guck mal die wachsen auch schon sehr gut da sind auch schon so früchtchen dran das ist ja super pop 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 dann halt so okay snack snack das sieht auch schon besser aus so jetzt können wir die reifen früchtchen holen und ein trockendock bauen was wir gar nicht so dringend brauchen müssen es für den zweiten grunde wirklich nur für den zweiten bohr arm oder was wir machen können ist wir fahren einfach los speichern ab und fahren einfach noch mal eine runde erkunden ich habe ich mir ist nachher kunden wir machen das so ich brauche jetzt kein trockendock ich spreche jetzt ab bringe meine ressourcen rein wir haben viel dabei wir haben die aufgeladen unsere batterien und ich fahr jetzt einfach noch mal erkunden ein bisschen irgendwie ist mir gerade danach wir haben jetzt noch ein bisschen titan wir haben alles was wir wollen wir haben unzählige nicht unzähliger wir haben genug batterien ich könnte die motto holen ja das stimmt tatsächlich ja stimmt hier in der höhle könnte ich natürlich mit dem krebs auch erkunden das stimmt das ist in der tat ein berechtigter hinweis wenn ich sie in der höhle mache natürlich aber nur ich könnte mal so ein haken noch mitnehmen brauche ich die kanone generell muss ich mir mal wieder eine kanone bauen ich bin ja ähnlich ohne irgendwas draußen was könnte ich denn noch gebrauchen die batterie ist voll laser schneider ich nehme ihn mal mit ich nehme das alles mal mit dann nehmen wir noch mal das mit zwei davon dabei und wasser zwei stück ich könnte wirklich da mal so ein wasserspender noch bauen aber erstmal habe ich irgendwie bock auf erkunden so dann gehen wir einmal in krebs und bräuchte für den ach warte mal für den krebs noch ein akkupack ist eine ganz gute idee das nehmen wir uns mal hier raus eine ersatz energiezelle so und dann einmal raus und dann schauen wir mal wir gehen jetzt gar nicht auf erkundungstour ich will jetzt einmal gucken also was haben wir hier noch ähm ach bababab eine sache fällt mir noch ein ich könnte den scanner kann ich den umstellen dass er vielleicht nach alien artefakten scannt das wäre doch vielleicht eine ganz gute idee oh hallo oh so mal auf also nach was kannst du scannen nö schade kann er nicht wie viel reichweiten module habe ich drin zwei stück ja meine motto kann auch auf 900 guck mal sieht das nicht wunderbar aus mit dem parkplatz für mein gerät meine motto kann auf 900 meter die könnte ich tatsächlich theoretisch holen könnte ich den hier lassen könnte die motto holen aber mittlerweile ich meine das ding ist tatsächlich so mobil wir gehen jetzt einfach mal los durch diese ganzen upgrades kann ich auch fast schon wenn ich jetzt noch meinen statt des bohrarms mal eben können wir eigentlich mal machen okay statt des bohrarms den anderen da rein setzen wir wollen jetzt ja gar nicht mehr den lass ich zum hauen wenn mich einer nervt jetzt kann ich sogar wahrscheinlich noch viel geiler rumdancen wir gehen mal richtung da ist die signalboje 9 okay hier ist warte mal von hier kamen wir damals das ist die höhlenecke aus der wir kamen waren da noch irgendwelche sachen die ich noch nicht erkundet hatte wir gucken mal eben einfach schauen wir was hier noch so ist hier geht's hier geht's in die giftsuppe ah so herrlich mobil einfach mal gucken da ist dieses alte schittin gerüst krass 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 ich muss ehrlich gesagt bevor ich jetzt hier in situation komme gefährlich werden das einmal reparieren ach ich habe die boje schon wieder vergessen wieso habe ich schon wieder keine boje gebaut ich habe irgendwie so eine bojen amnesie also ganz speziell auf bojen oh was ist das da waren wir wahrscheinlich schon oder aber es sieht so schön aus sind das Strukturen dort ne wow ey das ist so schön diese rochen und rein in die Suppe die gibt es auch ohne Ende Ressourcen Gelsack brauche ich alles nicht mehr auch Höhlenpilze habe ich ja alles angebaut mittlerweile das kann man wirklich also mit dem großen U-Boot kannst du ja nicht wirklich erkunden da geht es auch noch in eine kleinere Höhle rein es ist wirklich schön das einzige ist diese dieser nervige Leviathan Teenager der ist wirklich das einzige was einem das Erlebnis hier madig macht weil das ansonsten einfach so schön ist die Geister rochen was haben wir hier davon habe ich auch voll viele obwohl ich stecke sie einfach ein wenn ich schon ach darf ich gar nicht ich habe keine Hand frei doch warte ich müsste eine Hand frei haben doch geht die Snack oh hier Magnetit oder das nehmen wir auch auf unseren Wegen immer gerne mit aber hier gibt es sogar diese leckeren Fischis die man sich braten kann was ist das ach so Nickel ja natürlich aufpassen also erstmal ach du meine Güte ich muss ein bisschen aufpassen was so die Tiefe angeht in die ich mich bewege ich kann 1300 Meter und dann ist irgendwann auch Schicht im Schacht Gott was haben wir jetzt 1063 so viel tiefer sollte ich jetzt nicht unbedingt noch gehen okay was was ist das denn jetzt hier ist das eine ist das ein Höllenschlund oh Gott oh Gott ein Höllenschlund ich glaube ich speichere mal kurz bevor ich da in diesen Höllenschlund hinabfalle man weiß ja nicht was das Ding hier alles aushält ob ich dann doch irgendwann vielleicht nochmal an den Punkt komme wo ich eingestehen muss hier ist Uwe Seeler noch nicht gut genug ausgebaut für oder kommt Anderwald nicht an seine Grenzen guck mal hier ey boah das ist wirklich einfach Lava hier kannst du wirklich das ist Schicksalsberg Underwater jetzt muss ich wirklich 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 auch auf die tiefen Meter achten es geht immer tiefer bergab ohne diesen Antrieb den ich jetzt hier habe könnte ich hier niemals runter gehen hier sind auch echt viele Ressourcen noch versteckt das ist Nickel oder was ist das oh Kopfererz hätte ich eigentlich gerne darf ich hier aussteigen ja ich habe ja gerade gesaved Kupfer bin ich ein bisschen knapp bei Kasse da könnte ich sogar mal kurz für den Bohrer nochmal wieder einstecken wenn ich schon zufällig dran vorbeilaufe machen wir das mal eben ist zwar kein Ressourcen run jetzt aber habe ich eben geguckt Kupfer ist wirklich gerade ein bisschen dünn und dann müssen wir uns keine Sorgen machen brauchen wir immer wieder für diese Kupferspulen immer zwei Stück für eine Spule wir können wirklich nur noch 100 Meter tiefer gehen dann ist es Feierabend also wir sollten gucken ob wir noch irgendwie ein Tiefenmodul irgendwie freischalten können und hier muss ich auch mal gucken ob ich irgendwas scannen kann zwischendurch mal geht es immer weiter runter ich darf nicht den Punkt vergessen was für mich nicht mehr weiter gehen kann 100 Meter nur noch oh hey wer bist du denn Buddy bist du ein Freund nein was machst du saugst du meinen du saugst jetzt aber nicht meinen du wolltest meinen Batterien leersaugen oder so ein Shit nee hau ab ich trau dir einfach nicht so ok 1237 Meter das ist Kupfer ne nehmen wir mit ich weiß nicht was diese kleine Saugmade da jetzt gerade vor hatte ehrlich gesagt aber ich meine Vermutung sie hat nichts Gutes im Schilde geführt saug 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 ja wir gucken gleich mal im PDA natürlich nach ich hab sie ja gescannt wir wissen ja wieder mehr über sie so gucken wir mal hier einheimische Lebensformen Tiere ähm Parasiten vielleicht wie hieß das Ding nochmal war das nicht irgendwas mit Made Pflanzenfresser groß so klein stand da nicht auch Made oder habe ich mir das eingebildet dass da Made stand wie hieß das Vieh da Lava Larve nicht Marde Larve eine Marden ähnliche Tierart die scheinbar See und Geruch sind fehlt ihr jedoch in der Lage ist thermische und elektrische Energie in seiner unmittelbaren Umgebung aufzuspüren und abzuabsorbieren zum Anheften an Dattogleichen und zur Erzeugung einer Unterdruck saugwirkung geeignet wird gelöst wenn er ausreichend beansprucht wird Körper bla 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 verhalten tatsächlich es ist exakt wie ich gesagt habe sie wird von Energiequellen aller Art angezogen und den zieht ihrem Wirt Energie um zu überleben bäh wie befürchtet so da oben die da sind hartnervig aber Gestein so ein Gewehr wäre doch geil wei wei ich kann nicht jeden Fisch scannen ist das hier das ist Titan dafür sind wir jetzt aber nicht hier auch nicht für Kupfer sondern wir stopfen einfach noch ein bisschen weiter hier kree kree ok das ist Kupfer hier oder was ist das was ist das ist der neu da der da jetzt noch tiefer hier hinab das wimmelt hier von diesen tiefen Kilzen Was ist das hier? Ist das einfach Lava oder ist das was anderes Geiles? Das ist Lava, ne? Ah, da ist wieder so ein Ekelvieh. Geh weg. Ich mag dich nicht. Ich bohre dich weg. Oh Gott. Oh, da ist was Blaues, was da leuchtet. Oh, ist das der geile Scheiß, den ich brauche? Ist das vielleicht... Oh, da stapfe ich jetzt direkt in. Jetzt bin ich in Loot-Geierhaftigkeit. Das sieht aus wie dieses blaue Zeug, was da immer steht. Was ich brauche zum Bauen der nächsthöheren Stufen. Oder ist es einfach nur ein Kristall? Vor denen habe ich Angst. Yes, Kyanid. Yes, nice. Oh, geil, oh. Das heißt, wir können geilen Scheiß bauen jetzt. Hammer, Hammer, Hammer. Jetzt glaube ich, ist mein Laderaum bald voll. Dahinten ist noch so ein zweiter Brocken. Ich muss eh gleich den Laderaum austauschen, dann scanne ich das auch. Geil. Das ist jetzt ein großer Erfolg. Das hat sich jetzt schon gelohnt. Muss ich hier nur noch heil rauskommen aus der Nummer. Na, was gibt es denn hiervon? Scheint mir schon sehr ergiebig zu sein. Oh. Das dauert. So. Jetzt gehen wir zu dem zweiten Vorkommen. Dann tausche ich einmal den Frachtraum aus. Wow, ey, was eine... Da ist noch mehr. Was eine Hölle ist das hier denn eigentlich? Kann ich nicht mehr scannen? Alles klar. Dann hat er das vielleicht auch schon automatisch gemacht. So. Oh, das gibt aber nicht so viel, wie ich dachte. Ich schmeiß mal die Sachen noch nicht weg. Im Zweifel liegen die Prioritäten natürlich ganz klar beim Kryanid. Dann schmeiße ich im Zweifel auch das Kupfer raus. Ist ja klar. Ich habe da hinten noch eine andere Kryanid-Ader gesehen. Aber das ist nicht so ergiebig, dieser große Kristall. So. Ja, ich probiere das gleich nochmal, den Einzelnen auf den Boden zu legen, um den zu scannen. Aber wir haben ja Zeit. Uns hetzt ja keiner. Stark, stark, stark. Das dauert echt lange, den zu... abzubauen. Guck mal. Oh. Oh, dann fahren wir gleich nach Hause. Was baue ich denn alles Geiles? Ich bin richtig neugierig. Das eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten. Dauert das ewig, alter Schwede. So, haben wir alle? Ja. Dann zum nächsten. Oh, da sind sogar noch zwei. Uiuiuiuiui. Geilo. Ich räume hier alles leer. Das dauert einen kleinen Moment, bis ich hier fertig bin. Oh Gott, diese Geräusche. Ich habe das Ganze jetzt... Irgendwann kommt von hinten so einer. Hier sind es übrigens 51 Grad. Es erscheint mir fast... ...zu... ...wenig heiß. Wenn man bedenkt, dass hier diese ganzen Lavaflüsse lang fließen, sollte man meinen, vielleicht könnte das auch sogar noch heißer sein. Ah, ist hier so ein Wurm an mir? Nee. Was quietscht hier rum? Ah, der ist das. Der darf das. Du erntest den Planeten ab, aber die kleine Made, die ein bisschen von deinem Strom will, ist doof. Stimmt, essen und trinken ist eine gute Idee. Das machen wir mal. Oh, so glaube ich, ist ein bisschen was mitgenommen hier. Oh, herrlich. Das liebe ich ja. Wenn am Ende was bei rauskommt. Werde ich angeswaggelt? Der hat mich angeswaggelt. So, die Frage ist, erkunden wir jetzt hier noch weiter oder gehen wir gleich wieder nach Hause? Denn ich bin natürlich furchtbar neugierig. Zwischendurch müsste ich einmal speichern. Das sind meine Erfolge hier. Saugt nicht, dass die alle runterfallen. Kleine Kühenit-Steinchen. Boah, das dauert, ne? Ein sehr harter Stein. Jetzt so einen zweiten Bohrarm, ne? So, komm, einmal speichern. Damit der Progress hier auf jeden Fall gesichert ist. Das ist mir im Schauen. Oh ja, geht doch. Gut. Supergut, supergut. Also, ich weiß gar nicht mehr, wo wir herkamen. Völlig die Orientierung verloren. Ein Lava-Hausen hier. Oh Gott, irgendwas... Boah. Oh Gott. Was ist das? Oh nein. Der will mich haben. Ich weiß nicht, ob ich das wagen sollte, diese Typen da zu scannen. Die da. Kannst du mal probieren, der bleibt gespeichert. Mal gucken. Lava-Echse. Grundsätzlich traue ich hier jeder Lebensform zu, dass sie irgendwie nicht sonderlich an meinem Überleben interessiert ist. Sagen wir es mal so. Muss ja nicht unbedingt immer ein aktiver Akt bis aus dem Weg räumend sein. Aber zumindest, da oben ist auch irgendwas. Aber zumindest, so sagen wir mal, dass sie nicht traurig werden, wenn mir irgendwas passiert. Das ist so mein latentes Gefühl hier in dieser Gegend. So, warte mal. Bin ich Richtung Norden? Ich hätte mir mal die Himmelsrichtung merken sollen, aber ich war so lootgeil, dass ich völlig vergessen habe, wo ich herkam. Selbstverständlich erkenne ich hier auch nichts wieder, weil alles einfach auch gleich aussieht. Eine Boje wäre es gewesen, ne? Stellt euch mal vor, ich hätte eine Boje dabei. Welche Richtung gehe ich weiter? Norden, Osten? Warte mal, wo ist meine... Eingang-Basis-Höhle? Da ist mein... Gehe ich mal ein bisschen von der Basis weg? Gehe ich mal Richtung... Süden... Gehe ich mal in diese Richtung. Vielleicht gibt es ja hier auch noch eine Alien-Basis. Oh nein, die Typen, ne? Die kann ich wirklich verzichten. Die sind hartnervig. So, wir sind so aber auch konstant auf so 1250 Metern. Oh, kaum sage ich es. Oh, Silbererz. Aber daran sind wir jetzt nicht interessiert. Geht es hier noch wieder back up? Oh, da hinten noch lecker rein. Ob ich jetzt da noch runterspringen sollte, wage ich mal zu bezweifeln. Denn ich vermute beinahe, das sind mehr als 50 Meter. Das ist mir auch aus dem Blubberdaster unsympathisch raus. So, hier, das ist der nächste Obelisk. Den nehmen wir natürlich auch mit. Das ist ja fantastisch. Ja, also mit diesem riesigen U-Boot hätten wir wahrscheinlich gar nicht hergefunden. Was ob? Ich habe mich ein bisschen angenagt. Kannst du mal weggehen? Ganz ehrlich, mein Freund. Ich habe dir nichts getan. Du saugst und knabberst an mir rum. Gibt es eigentlich in Wirklichkeit auch Kianit? AL-2-SI-O-5. Also O-Sauerstoff, 5 Teile Sauerstoff. Was ist AL? Soll das Aluminium sein? Und SI ist was? Silizium. 2 Teile Silizium. 1 Teil... 2 Teile Aluminium, 1 Teil Silizium. 5 Teile Sauerstoff. Was heißt das? Ist das die chemische Zusammensetzung dieser Gesteine? Gibt es wirklich? Ach was. Interessant. Ich habe hier massiv viel verloren gerade an Zustand. Ich bin nur noch bei 83%. Über einmal reparieren, als einmal weinen. Speichern wir nochmal. So, weiter Richtung Südosten. Könnte sein, dass ich natürlich noch tiefer muss, um die letzten Geheimnisse dieser Lava-Welt zu lüften. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Alien-Basen. Hier unten noch. Das fühlt sich nicht an wie unter Wasser hier, muss ich ehrlich sagen. Man hat eher das Gefühl... Oh, was ist das da hinten? Man hat eher das Gefühl, das ist einfach wirklich... glücklich... ...die Hölle. Oh Gott. Also, so langsam... ...nähre ich mich stark... ...der tiefen Grenze. Das ist ja sicherlich auch kein... Jetzt wird es schlagartig heißer. So, das können wir ja nochmal mitnehmen hier. Bitte gehen Sie weg. Äh. Au. Ey. Okay. So, Schluss jetzt, bitte. Ich habe zu tun. Ich bin ein einsamer Bergmann. Also, ich habe richtig ordentlich Kyanid jetzt dabei. Ich weiß gar nicht, wie viel man das braucht. Am Anfang habe ich immer das Gefühl, oh, ich habe mega viel. Und dann wird einem irgendwann klar, oh Mist. Ich brauche ja super viel davon. Oh Gott, hinter mir braut sich alles zusammen. Die sprechen sich ab, wer mich als erstes überfällt. Oh Gott, im Himmel. Du Arschloch. Willkommen ab, Captain. Shit. Ähm, hallo? Bin ich noch in meinem... Ist das ein kleiner Bug, dass ich hier mein Dings in der Hand habe? Ein Tauchroboter? Wieso werde ich hier angegriffen? Bin ich kein Fan von. Schnell reparieren. Die wollen mich vertreiben. Sind die miteinander denn auch so garstig oder lassen die sich in Ruhe? Haben die irgendwie sich geeinigt, wie hier die Reihenfolge ist? Gehen die einen dem anderen aus dem Weg? Ich habe das Gefühl, die sind alle nur mir feindlich gegenüber eingestellt. Warum kämpfen die nicht miteinander? Weil ich wollte hier einfach nur ihren Planeten davor bewahren, von mir ausgebeutet zu werden. Und das ist eine Sache, die ich auch akzeptieren könnte. So. Das haben wir auch im Säckelchen. Oi! Okay, das ist jetzt wahrlich sehr rot. Das könnte natürlich sehr, sehr heiß sein hier vielleicht sogar. Ich hoffe mal einfach, die Mantas lassen mich in Ruhe. Jetzt mache ich mal ein paar Meter hier. Da ist noch was. Ich glaube, so langsam müsste der Laderaum mal voll sein. Dann muss ich mal ein bisschen Kupfer über Bord schmeißen. Aber das ist nicht schlimm. Das mache ich mit Freuden. Und dann fahren wir irgendwann nach Hause. Und dann fangen wir an, geilen Scheiß zu bauen. Leider habe ich keine Boje dabei, sodass ich nicht weiß, ob ich jemals diesen Raum wieder finde. Aber das wird schon klappen. Wieso habe ich keine Boje mitgenommen? Wann lerne ich es? Wann wird er je verstehen? Wann wird er je verstehen? So, der Punkt ist gekommen, dass wir jetzt einfach mal der Natur was zurückgeben und etwas von unserem Kupfer ausschmeißen. So, liegt hier noch was rum von dem leckeren Zeug? Aber wir haben es gescannt. Gold ist hier. Quarz. Andere Köstlichkeiten. Oh, da oben. Uiuiui. Boah, da oben. Uiuiui. Oh, hier überall. Okay, dann wollen wir mal schauen, ob ich hier... Hilfe, Hilfe. Das ist aber wirklich der komplizierteste Ort, den ich mir ausgesucht habe. Muss ich, glaube ich, erst mal... Komme ich da... Ich will noch mal probieren. Es ist wahrscheinlich dumm. Ah doch. Ich muss jetzt aber trotzdem... Ah, ich rutsche. Ja, komm, es gibt hier so viel Shit. Ich muss jetzt ja nicht zwangsläufig da... Da rumbalancieren. Machen wir es doch hier. Verstecken wir uns. Okay, also das Kupfer muss hier einfach mal komplett raus, ne? Tut mir leid, liebes Kupfer. Ich habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Guck mal hier. Kupferregen. So. Das muss ich wahrscheinlich nur ein, zwei Mal machen. Geilo. Ohren sie. So, hinter mir ist eine Wand, da kann ich nicht so einfach angegriffen werden. Hoffe ich doch. Na. Das ist echt klasse, dass wir das hier gefunden haben. Ich war schon kurz davor, mit dem U-Boot nochmal irgendwie eine ganz andere Region der Welt zu fahren. Stattdessen sind wir jetzt hier. Ich weiß gar nicht, habe ich da in alle Ressourcen? Also zumindest für den Moment, ich glaube ja. Für alle Baupläne, die ich jetzt habe, müsste ich eigentlich alles haben. Dann. Oh. Oh, lalalala. Was bist du? Wow. Wow, wow. Der Teufel höchstpersönlich. Habt ihr das gesehen? Ui. Oh, habt ihr das gesehen und gehört? Wow. Wow, wow, wow. Was war das denn? Wow. Wow. Okay. Sollen wir uns mal einfach mal machen aus Spaß? Mal gucken, was... Wahrscheinlich sterben wir, aber... Ich muss irgendwann eh bald nach Hause, weil ich gar nicht mehr genug Ressourcen habe. Aber wir wissen jetzt ja, wo das ist. Shit. Sollen wir dem einfach mal hinterher fahren? Oder... Hey, hey, sorry. Nein, 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 nein. Tut mir leid. Ich kann hier nicht hinterher fahren. Ich habe was anderes entdeckt, was ich sonst nicht wiederfinden würde. Oh, zwei neugierige Dinge. Zwei spannende Sachen. Auf einmal. Das ist doch ein Eingang an irgendein... Sorry, liebes Tier. Du warst auch mega interessant. Aber hier ist doch irgendwas Alien-artiges. Was ist das? Was ist das? Wow. Wow. Wow, geil. Was ist das für ein Ei? Ey, liebes Kupfererz, ich bin ja großer Fan, aber... Wir nehmen natürlich jetzt diese Eier mit. Also das müssen sehr, sehr spezielle Eier sein. Da gibt es auch noch mehrere von. Aber zwei können sich im Zweifel ja verpaaren, oder? Es sei denn, es ist eine Spezies, die benötigt mehr als zwei. Ihre Art und Nachwuchs verzeugen, das wäre natürlich jetzt echt bitter, wenn sie drei bräuchten. Ich habe kein Wasser mehr dabei. Also ich muss vielleicht so langsam mal nach Hause. Ist hier noch irgendwas anderes? Was ist das da unten? Oh, ich habe nicht genug Wasser dabei, Leute. Ich muss langsam nach Hause. Die sind nicht... Ihr meint, die sind das nicht wert? Essen habe ich, trinken habe ich nicht genug. Ihr meint, die Eier sind es nicht wert, oder was? Oh Mann, ey. Ich habe nicht mehr die Zeit. Ich werde sonst verhungern. Verdursten? Okay, also hier sind super viele Eier. Zwei reichen wir jetzt erstmal. Mein Laderaum ist auch eh als bald voll. Das kriege ich ein bisschen Panik. Dass ich hier nicht mehr rauskomme. Und dann, ähm... Oh, hi, Buddy. Gehen wir schnell los. Keine Zeit jetzt zu scannen. Ich muss jetzt ein bisschen mich beeilen. Dieses Labyrinth hier habe ich meinen Kupfer weggeschmissen. So wie Hänsel und Gretel, ne? Da habe ich hier meine Kupferkrumen. Also ich habe nichts mehr zu trinken. Ich weiß nicht hier, da gibt es ein... Was ist das? Das ist ein Blubberd. Es gibt hier so ein paar Fishies. Die ich vielleicht aufessen könnte. Diese hier namentlich. Ich kann ja mal gucken, was die mir so bringen. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss ich alsbald mal abhauen. Das musste jetzt mal gemacht werden. So, ich muss mal eben gucken. Hier, bleibt mal hier, wo seid ihr? Da. Ich kann das nicht mal scannen. Ich muss jetzt erstmal... Ich bin ein bisschen im... Ne, 3H2O, das ist verdammt wenig. Kann ich das noch scannen hier irgendwas? Ich muss hier, glaube ich, nochmal zurückkommen. Shit. Welcome aboard, Captain. Oh, shit. Oh, wow. Wow. Wow, wow. Oh, ich muss mir das so dringend merken. Wir kommen hier wieder her. Ich habe keine Boje dabei. Ich ärgere mich massivst. Ich gucke jetzt mal, wie ich hier am besten irgendwie wegkomme. kann ich einfach richtig fliegen. Das ist so geil. Wie geil ist jetzt... Oh, shit. Hi, buddy. Hey, hey, hey. It's me. It's just me. Ah, dumme Idee. Ah, dumme Idee. Shit, Alter. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich laufe in die falsche Richtung. Aber ich hatte gehofft, vielleicht gibt's... Ne, warte mal. Das ist... Wieso wird mir das nicht angezeigt? Da oben. Und da war... Underwater Dungeon. Der ist schon ja schon grob in diese Richtung. Meine Hoffnung ist, dass ich irgendwie... Irgendwie hier auch hochkomme. Es gibt ja oft so mehrere Eingänge, ne? So, halten wir uns hier mal fest. Puh. Okay, wie komme ich hier wieder diese Felswand hoch? Keine Ahnung. Da oben. Komm her. Halt dich fest. Ah, was soll das? Ah, no, 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 no. Warum, warum, warum? Halt dich doch mal fest. Ah, zu weit. Scheiß. Ich weiß nicht, ob ich da hochkomme. Es ist zu kurz. Ich bin mir nicht sicher, ob das mir hilft. Also, vielleicht ist hier auch einfach Sackgasse für mich. Ich ziehe dich mal hoch. Ich habe kein Titan... Nein, 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 nein. Du Schweine, Mann. Ich habe verdurste hier, ehrlich gesagt. Meine Theorie ist, ich verdurste. Ich glaube, ich bin hier schon an der Decke. Ich bin schon an der Decke. Hier komme ich nicht wieder rein. Hier ist Sense. Ich werde verdursten. Was für ein würdeloser Tod. Ey, wie sie einfach die... Das will er einfach nicht mehr halten. Okay, wir müssen jetzt mal schleunigst die Anrichtung lang. Wir gehen jetzt Richtung... Norden. Vielleicht schaffen wir es ja nur irgendwie. Also. Glücklicherweise sterben wir einen unnötigen Tod. Dann ist es so. Dann laden wir neu. Ich hatte gespeichert. Das ist schon okay. Ich wollte eigentlich eher so in die andere Richtung. Schwingen wir... Jetzt fahren wir wieder Richtung Südwesten. Ehrlich gesagt, wollte ich gar nicht nach Südwesten. Eigentlich wollte ich eher so nach Norden. Das ist alles riesig. Au. Hör auf. Ich glaube, ich laufe nicht so ganz richtig. Aber jetzt müssen wir uns langsam mal... ...vers was entscheiden. Und auch mal dabei bleiben. Jetzt sind wir eher so Westen, Südwesten. Wir gehen jetzt mal weiter in diese Richtung. Hier waren wir noch... Nein, das ist falsch auf jeden Fall. Wir werden verdursten, Leute. Wir werden verdursten. Befürchte ich. Und Schwenkschwung. Mal gucken. Wir laufen einfach jetzt hier weiter. Keine Zeit mehr, die Sehenswürdigkeiten anzusehen. Oder noch irgendwas Coolem zu gucken. Ich laufe jetzt einfach mal Richtung... ...richtung Westen. Diesen... ...Schlund hier entlang. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. ...spidermann, spidermann. ...spidermann. Muss ich mal nach oben gucken hier. Wir kommen natürlich jetzt auch von der... ...rein so von der Meteranzahl... ...durchaus nach oben. ...wann aber ob das am Ende reicht. Guck mal, ich glaube, wir sind richtig. Ich glaube, wir sind richtig. ...opala. ...wann mal gucken. Ob das jetzt reicht. So, ähm... ...das... ...heil die Kabel. Das ist die falsche Base. Da lang. Da lang. Okay. Da auch. Saug, saug, saug. Oh, saugen sollst du. Die Reise dauert. Oh, guck mal, da ist so ein... ...Blasefisch. Den holen wir uns. Ein bisschen wenig... ...bisschen wenig Wasser, aber es reicht... ...um über die Runden zu kommen. Es reicht, um über die Runden zu kommen. Um vielleicht nicht zu ersticken. Ich muss mir das jetzt irgendwie halbwegs merken. Äh... ...das ist ja ein ultralanger Weg. Hier war der Baum. Oh Gott, das ist schön. Oh, hör doch auf. Zäh dich doch mal ran da. Äh... Keine Zeit, um an dem Baum des Lebens hängen zu bleiben. Dann wird das doch irgendwann der Baum des Todes. Juhu! Juhu! Da ist das, äh... ...dieser Chitin-Panzer. Da müssen wir hin. Also, wir finden auf jeden Fall nach Hause. Und ich denke, wir sollten es auch in der Zeit schaffen. Aber... Ich will natürlich auch den Eingang wieder finden. Also, das merken wir uns. Wenn wir das jetzt wirklich nach Hause schaffen, ist es auf jeden Fall auch ein Erfolg. Guck mal, da sind wir. Also, das kann man sich eigentlich ganz gut merken. Einfach dort runter. Das findet man. Aber das ist eine lange Reise gewesen. Ei, 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 ei. So, jetzt kommen bitte keine... Kein Vörelefanz mehr jetzt hier auf dem letzten Meter. Bitte. Wenn es irgendwie geht. So. Wow, wow, wow. Wir haben es tatsächlich geschafft. Das war dann doch am Ende knapper, als es sein musste. Ähm... Kann wir... ...geizen jetzt mal einfach nicht. Und wir trinken mal was richtiges hier. So. Ah, herrlich. Okay, wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Ähm... Da machen wir jetzt die Eier rein. Was auch immer das ist. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Boah, geilo. Geilo, geilo, geilo. Okay. Upgrade-Zeit. Was können wir jetzt alles bauen? Grebstiefen-Modul. Äh... ...Stufe 2. Bababababababababababababababababam. Titan 5, Lithium 2. Hier in die 3. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Und Stufe 3 können wir uns auch direkt leisten. Hammer, hammer, hammer. Geilo, Bart. Wie sieht das aus mit U-Boot-Upgrades? Andere Seite. Natürlich. Wie sieht das hier aus? So können wir ja noch Geiles bauen. Nix. Das ist sehr ärgerlich. Bisschen wenig. Mh... Habe ich noch einen Platz? Jo. Dann nehmen wir jetzt mal... Nein. Da. Das... Tiefen-Modul raus. Bauen ein neues Tiefen-Modul. Das finde ich ganz schön cool. Was hatten wir gesagt? Ein bisschen Titan oder was, ne? Titan. Was noch? Was wollte er noch? Modifizierungsstation. Fahrzeugerweiterungen. Seemotte. Zyklop. Zyklop, Zyklop. Was? Ey. Ey. Hallo. Ähm. Ja. Krebs. Und... Da. Krebs. Lithium. Titan. Und für das dritte brauchen wir... Das können wir auch bauen. Das haben wir auch noch nicht. Wow. Genau. Also... Kyanid. Plastal. Brauchen wir ein Plastal. Und... Dafür brauchen wir keinen Plastal. Aber wo ist denn... Wo ist denn Krebsstufe 3? Hallo? Na egal. Dann machen wir jetzt erstmal diese Plastal-Geschichte. Das... Ich weiß nicht. Was brauchen wir dafür? Eins davon? Oder... Plastal... Ach und Lithium. Zum Glück sind wir so reich. Lithium ist unser Freund. Die lassen wir mal hier. Die nehmen nur Platz weg. Also... Dann... Machen wir hier mal schön so einen Plastal-Bachen. Ba-da-da-ba-ba. Ich weiß nicht mehr genau, was wir brauchten. Dann laufe ich halt mehrfach und finde es raus. The hard way. Vielleicht ein bisschen mehr Titan mitnehmen. 5 war doch irgendwas mit 5. Titan habe ich gelesen. Dann vielleicht noch Lithium stattdessen. Wir nehmen... Mal jetzt 5 Titan und nochmal Lithium. Irgendwas ist schon dabei. Dann... Krebstiefenmodul, Stufe 2. Oh Jungs und Mädels, es ist ja einfach überragend gut. So... Ja, Stufe 2 ist aktiviert. Dann das andere drüben oder was? Oder war das in dem... Wo war das andere jetzt noch? Wo kann ich den anderen Quatsch noch bauen? Hier auf jeden Fall... Ne, warte, hier konnte ich gar nichts bauen. Genau, hier konnte ich gar nichts bauen. Oh... Die Übersicht muss man behalten. Also hier sind wir fertig. Da geht nichts mehr. Zyklop... Brauchen wir... Zyklop 1. Müssen wir erstmal raus... Friemeln. Und dann... Drei Niggelerz. Plastahl. Und hier... Noch ein Plastahl. Und Kionit. Okay. Wieso? Oh... Ich muss doch schon den Zweier haben. Ich hab doch schon den Zweier. Ja. Oh shit! Oh shit, ähm... Dumme Idee. Okay. Schnell! Beeilung! Dumme Idee. Ah! Huuu... 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 Das war knappe Kiste. Heieieieieieiei... Okay. Keine Ursache. Äh... Lieben Dank an VV Hobel. So... Ähm... Das haben wir. Integrität. Ja, nimmt wieder zu. Das ist gut. Energie nimmt ab. Puh... Ist ja klar, dass das... Erstmal nicht geht. So, Krebs, äh... Tiefmodul, Stufe 2. Da wollen wir jetzt Stufe 3. Wo kann ich jetzt Stufe 3 bauen? Jetzt muss ich mal ganz kurz... Hier kann ich's ja nicht bauen. Zyklop haben wir gemacht. Aber hier kann ich Krebs nur bis Stufe 2. Jetzt sagt mir nicht, ich muss dafür ins Trockendock. Muss ich dafür ins Trockendock? Stufe... Achso, gibt's gar nichts. Es gibt nur 2 für den Krebs. Achso. So lame. Dann, äh... Stufe 2. Bäm. 1700 Meter. Wupp, wupp. Ja. So. Was bauen wir denn noch? Geiles. Jetzt haben wir das und jetzt haben wir das. Was haben wir das? Was haben wir das? Was haben wir das? Was bauen wir denn jetzt noch? Gibt's irgendwas anderes noch? Ich muss mal bei Bauplänen gucken. Irgendwas hier, wo ich das verbrauchte. Noch? Irgendwas. Guck einfach, wo ich das... Ne, das ist immer nur Fisch. Keine Ahnung. War's das schon? Hm. Tja. Dann war's das für den Moment erstmal, ne? Ist halt so. Ja, jetzt können wir natürlich tatsächlich 1500 Meter runter. Äh, Wärmereaktor habe ich glaube. Ich habe glaube ich keine Wärmereaktoren. Wenn mich hier alles täuscht. Oder haben wir Wärmereaktoren? Ich glaube nicht. Ah, das ist schon wieder ganz schön spät. Eider Daos. Eider Daos. Ah, das war ja super erfolgreich. Äh, ist auch eine Mod, ja. Aber ihr habt ja gerade gesehen, was ich schon im Peddo habe. Und da habe ich... Ich habe ja nichts mehr, ne? Ich kann ja nichts mehr bauen hier. Ich habe... Wie ihr seht, Zyklop-Tiefenmodul. Das haben wir schon. Und darüber hinaus haben wir nichts. Hinten im Schiff. Im Trockendock. Hier. Oder was? Ist das hier nicht das Trockendock? Was ist das? Ist das hier nicht das Trockendock? Heckraum? Ne, ist nicht das. Links oben. Was? Äh, schauen sie mal. Meintet ihr das hier? Hier war ich ja gerade schon. Ihr seht. Habe ich nichts, was ich hier noch bauen kann. Ist hier das Trockendock hier? Das ist ein Maschinenraum. Also, wie ihr seht, habe ich nicht. Boah, ich will noch einen Bauplan. Boah, Leute, ey, wir waren einfach mal gerade in der Hölle unterwegs. Das ist hier der Hammer. Okay. Ah, ich habe noch einige Sachen jetzt zu tun. Erstmal räumen wir mal ein bisschen Sachen hier raus. Machen wir uns mal hier so eine Kyanid-Kiste. Haben wir noch Platz für Kisten? Vermutlich nicht, ne? Ne, also hier ist leider alles voll. Da könnte ich noch theoretisch, guck mal. Äh. Da bräuchte ich aber ein bisschen... Titan. Ja, natürlich nicht. Bau, Bau. Gut. Sieht ja alles... Sieht nicht elegant aus, gebe ich zu. Muss aber gemacht werden. So, dann, ähm, mal kurz überlegen, haben wir hier irgendwas, was ich nicht so brauche. Naja, ist eigentlich völlig egal, wie ich es mache. Ich brauche das, glaube ich, nicht so oft. Dann bauen wir jetzt hier mal so eine Kiste. Also dieses Kyanid, ich weiß, also keine Ahnung, wie es im späteren Verlauf des Spiels ist. Aber momentan ist es ja eher so... Huch. Dass ich nicht so viel davon brauche. Wo habe ich dich reingepackt? Hier. Kannst du einfach mal hier kurz... Die Zeit genießen. Und dann machen wir das andere... Hier direkt rein. Und dann ist das beides Kyanid. Kyanid, schreibt man das so? Ich glaube, ne? Y war das. Kyanid. Dann haben wir den Rest, haben wir noch oben. Uwe Seeler. Das können wir uns auch nochmal eben schnabbeln. Schnapp, 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 schnapp. Dann haben wir eine ganze Menge davon. Und wir wissen ja auch, wo es mehr gibt, ne? Das ist ja auch... Nicht unwichtig. Also wenn das später nochmal... Wichtig wird... Kupfer... Ich glaube, wir haben nur noch zwei Kupfer, oder? Naja, hier ist noch ein bisschen mehr. Okay. So, hier ist die grüne Kiste. Dann Magnetit. Haben wir tatsächlich einen. Ne, jetzt haben wir zwei. Und... Hier haben wir noch Lithium. So. Achso. Dann nehmen wir nochmal das Lithium, was fälschlicherweise hier einsortiert wurde, da raus. Dann das hier mit rein. Dann muss ja alles in Ordnung haben. Und diese Schwefelgeschichte kommt natürlich in die Schmiere rein. So, wobei ich... Wisst ihr was? Wir haben ja eine Stoffekiste, ne? Ich finde, das ist eigentlich auch schon Stoffe. Dann können wir Schmiere machen wir gelbe Kiste draus. So, alles was gelb ist. Sehr schön! Wow, ey! Dieses Schiff ist so geil. Wenn das irgendwann mal kaputt geht mit meiner ganzen Ladung drauf, dann muss ich vermutlich ein bisschen durchdrehen. Das darf ich einfach nicht zulassen. Das muss verhindert werden. So, jetzt speichere ich hier mal ab. Im Wasser muss man ja speichern. Speichern. Wir warten. Okay, das droht etwas knapp zu werden. Und dann machen wir mal für heute Feierabend. Auch wenn ich noch Bock hätte. Aber wir sind schon wieder über 6 Stunden am Machen. Heute Morgen Bundesliga schon gemacht. Bin da jetzt ein bisschen müde. Und müde ist ja auch blöd. Dann lieber in der Woche noch ein paar Sessions. Ey, was wir hier für Stunden? Kommt ihr überhaupt hinterher, das euch irgendwie auch anzugucken auf YouTube? Wenn man einmal eine Session verpasst, hat man einiges verpasst. So, das war wie immer richtig, richtig schön und hat einen großen Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann, tschüss und auf Wiedersehen.